war, hab ich gedacht, ja gut, dann fängst du erstmal mit einem Let's Play an und wenn das vielleicht läuft, dann schicken dir vielleicht die Leute ihre ganzen Welten zu, denn das war ja das eigentliche Thema. Ich wollte eure Welten der ganzen Welt zeigen. Hm, aber das ist ja auch super geklappt. Ach so, was? Ich geh mal runter. Ich geh mal da runter. Bleib mal erstmal ein bisschen weiter oben. Nimm gleich das Eisen mit. Das muss ja eine Riesenhöhle hier sein eigentlich. Wahrscheinlich ist das alles eine Riesen-Mega-Höhle hier. Kann man die Seerosen und so weiter denn hier. Ich könnte jetzt eigentlich auch die Monster einschalten, will ich aber gerade nicht, weil ich keine Waffen dabei habe. Muss ich erst noch machen. Habe ich auch gehört, dass wenn man ein Let's Play macht, sollte man gleich die Monster anmachen, damit es gleich spannend ist. Ähm, ich mache es aber erst, wenn es läuft. Das heißt wahrscheinlich erst so in, ich weiß ja nicht, welche Folge das jetzt schon ist. Ähm, ich glaube so lange dauert das jetzt auch nicht mehr. Ja, ein bisschen warten müsst ihr noch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, wartet mal noch ein paar Tage, Wochen, dann schalte ich erst die Monster ein. Und dann, so bin ich ja nicht. So, und runter. So. Ich muss ja mal sagen, beeindruckend, ne? So, dieser Weltgenerator ist echt. Ich bin eigentlich ziemlich stolz auf diese kleine Welt hier. Ja, wir gehen auch noch runter, das ist, das machen wir noch. Wir gehen auch irgendwann nochmal runter. Jetzt im Moment aber nicht. Beziehungsweise, wir haben ja Kohle hier, wir können uns ja gleich mal Fackeln machen. Bevor will ich hier noch... Däh, hä. Däh, hä 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 hä. Sehr geil. Sehr super. So. Vor mir und zwar ein bisschen Kohle. Das kenne ich nicht, das Lied. Das ist mir jetzt nicht bekannt. So. Äh. Und damit kommen wir etwas weit. Wir gehen dann gleich mal runter. Ja. Vorher gucken, wenn ich noch mal gucken, ob hier eventuell noch... Ach komm, gehen wir mal hier. Genau, hier war es nämlich noch Eisen. Ich bin glaube ich mehr so der Mensch für Höhenerforschung. Problem muss ja, ob wir Orientierung sind von quasi null. Und ähm... Und ähm... Könnt ihr mir dann sehr schön beim Fehlen zusehen, wenn ich mich dann hier... Weihen werde, weil ich nicht rauskommen werde. Und das wird lustig. Und das wird lustig. Ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt, aber da kommt noch ne Menge auf uns zu. Erstmal die Kohle hier mitnehmen. Aber ansonsten bleibt doch alles wie immer. Ich werde den Link der Playlist mit in die Beschreibung packen, das ist überhaupt kein Problem. Kommt, Papa. Das sieht ein bisschen nach Spalte, äh, nach hier. Schlucht aus. Hier, aber ich glaub mal nicht, dass das eine Schlucht ist. Wasser. Ne, den Wasserfall kämpfen wir uns erst gleich, wofern wir uns hier die, was sag mal, Mineralien? Ne, die Erze geholt haben. Wo man sagen muss, Kohle wird ja mittlerweile in den Arsch geschoben. Entschuldigung, wenn ich das so sag, aber es stimmt ja. Es wird ja regelrecht ein bisschen in den Arsch geschoben. Könnte auch grad ein bisschen langweilig sein, dann tut's mir leid. Aber wie schon einige andere Let's Player denn das Problem haben, man kann es halt nicht jedem recht machen. Ach nee, jetzt ist er auch mal gut hier. Ja. Äh, so. So, im Moment sind wir ja noch relativ oben, sodass ich mich halt nicht verlaufen kann. Aber es wird noch kommen. Die Zeit, in der ich sagen werde, scheiße. So, Eisen kriegen wir auch gleich noch geschenkt. Ach siehste, das Eisen hätte ich jetzt gar nicht gesehen, hätte ich die Kohle nicht mitgenommen. Aber es wird noch nicht verlaufen. So, das ist eigentlich nicht sicher. Oh, das ist schon so. ja, da hatten wir ne, das ist ne ne super Idee war das ja, da hab ich ja noch aber man könnte es immer noch zu diesem Mix äh, nein na gut Entschuldigung, wenn ihr nicht seht so komm, machen wir da auch noch eine hin ihr sollt ja keine Angst im Dunkeln haben ne komm, Wasserfall wollten wir, ne ursprünglich ja einfach ja sagen ach und hochkämpfen los, hoch oder doch nicht Luft ähm, wir waren glaube ich im Meer wenn ich mich nicht irre ich würd mal sagen, wir gehen mal hoch raus hier erstmal das reicht mir fürs Erste 23 Eisen reicht doch erstmal wo geht's denn? wo waren wir denn gerade ja, wir waren im Meer, ne ja super wir waren im Meer einfach mal einen kleinen Ausflug ins Meer gemacht ist ja auch nicht schlecht wahren wir mal kurz auf den hier einfach mal weiter gemacht also wenn ich das ignorieren würde, ne dann dann würdet ihr mich glaube ich erschlagen wenn ich das ignoriert hätte oder das hier wenn ich das ignoriert hätte jetzt ist ja die Höhle, die ich eigentlich erkunden wollte naja naja gut haben wir jetzt eigentlich genug Holz gesammelt nicht, aber wir wollten Holz sammeln gehen, ne ja, da haben wir Holz jetzt hab ich mich ja schon komplett durcheinander machen müssen und ein bisschen Holz machen vielleicht hab das reicht hab ich noch Erde? ja ich hab ja gerade gedacht das war ja eigentlich ziemlich unnötig so viel Holz zu machen aber wir ja was wollte ich nochmal sagen das Schaf hat mich gerade total abgelenkt ähm das wir so viel Holz gemacht haben war eigentlich ziemlich unnötig aber wir müssen ja noch den Boden raus kleistern so Schoffel haben wir ja noch ach was ich machen kann während wir hier den Boden raus nehmen die Tester können wir uns auch gleich mal machen wartet mal wartet mal ich solltet mal ein bisschen leiser machen das Erderroß Klasson ist gerade ein bisschen laut gewesen auf meinen empfindlichen Ohren